Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute gibt es ein Buy First Icon, nicht irgendeins, sondern wir haben mal eine kleine andere Sache mitgebracht. Und zwar mein Glücksrat. Grüße gehen auch an der Stelle raus an FGU, die machen ja sowas ähnliches wie ich. Ich hab's noch ein bisschen umgewandelt. Aber, heute wird's wild, denn Thiago wird vermutlich zu Liverpool wechseln. 39% Wahrscheinlichkeit steht bei Transfermarkt. Was sagst du dazu? Mein Gast, lass dich erst mal vorstellen, dann was dazu sagen. So mesig, was geht? Ich hab natürlich den Markt analysiert und auch die Wahrscheinlichkeit trifft hier absolut zu. Meines Erachtens ist dieser Wechsel schon längst safe. Von daher, mach das klar. Mach das Ding fit. Mach das Ding fit. Was sagen denn die Bayern-Fans dazu? Schreib mal in die Kommentare, fühlt ihr den Wechsel oder nicht? So wollt ihr Thiago behalten. Und jetzt an jeden, lasst ein Like da, das ist wichtig hier. Wir müssen heute wieder Likes geiern, das ist immer wichtig. Sagst du 100.000 Likes schaffen wir, Jeff? Ja, nicht ganz. Mach mal die 18.000. Mich würde mal interessieren, schafft ihr die 18.000 Likes? Rasier's mal ordentlich. Eieieiei, das wäre wild. Und bei Stefan auf dem Kanal haben wir auch noch ein Video aufgenommen. Schon länger online, checkt das trotzdem auf erster Link in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir labern gar nicht rum und fangen jetzt an. Wie funktioniert denn das jetzt? So, okay, ich erklär das Ganze mal kurz. Hier stehen verschiedene Kategorien drauf, beziehungsweise Sachen, die wir machen müssen. Wir gehen gleich auf den Markt, beide suchen eine Position. Dann dreh ich für dich einmal und dann dreh ich für mich einmal. Und auf was das kommt, das müssen wir nehmen. Zum Beispiel, wenn hier ein Torwart kommt, müssen wir eine Torwart-Icon in den Sturm stellen. Wenn hier 6 bis 10 kommt, dann dürfen wir uns eine Icon von der Position 6 bis 10 aussuchen auf dem Transfermarkt. Und so weiter und so fort, das ist selbst erklärend. Okay. Gestanden, in die Dribrein. Leute, kurzer Zwischenschnitt am Rande. Ihr wisst Bescheid, Level Up ist mein neuer Partner. Und ich wollte euch sagen, dass heute der letzte Tag ist, an dem mein Rabattcode Wakes funktioniert. Mit 30% Rabatt. Also wer jetzt nochmal ordentlich sparen will, der kann jetzt meinen Rabattcode benutzen. Ich empfehle euch auf jeden Fall Triple Red. Mein Lieblingsgeschmack von Level Up. So mäßig. Ich habe ein bisschen links, rechts Level Up gesagt. Ich soll meinen Code ein bisschen verlängern. Bei den anderen geht das schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Heute bei mir letzter Tag. 30% Rabatt. Erster Linke in der Beschreibung. Level Up. So, genug gelabert, Digga. Full Werbung gemacht. Lui. Gut, wir fangen an. Ich gehe jetzt zu meiner ersten Shepila. Shetirma. Du? Ja, ich bin soweit. Ich bin auf der Innenverteidigerposition. Okay, sag an. Soll ich als erstes für dich drehen oder für mich? Na, komm auch mal für dich zuerst. Okay, wir drehen für mich zuerst. Ich drehe auch ein bisschen Dollar. Dass wir hier nichts absprechen können. Oh, Soundeffekte sind auf jeden Fall auf Oscar Hinge. So, ich muss eine Icon zwischen 6 und 10 nehmen. Also hier unten. Das ist Drogba, Shevchenko, Bright, Raoul. Raoul Störmer. Oder auch Sanchez. Oder nimm Sanchez, Alter. Nimm Sanchez. Der ist krass. Wie soll ich da von dem? Raoul ist zu teuer, Digga. Man muss auch ein bisschen aufpassen, ne? Wegen Discardament. Deswegen muss man das clever machen. Hier alles. Boah. Wo du was? Ich sag gerade gar nichts. Okay, Leute, ich werde mich für Raoul entscheiden. So, jetzt drehe ich mal für dich hier. Was kriegst du denn? Geh mal auf deine Position. Ja, mach ich. Mach, mach, mach. Mach ich. Weiß ich. Boom. Oh, ein Torwart. Ja, es ist gezinkt, Mann. Geil. Mein eigenes Rad und Dreh selber. Auf welcher Position warst du denn? Ja, auf der Innenverteidigerposition. Ja, auf der Torwartposition. Boah, dann hole ich mir natürlich einen der, warte mal, schmeichel Moments, kann sogar zwei Sterne Skills, ne? Gib dir böse, Bro. Ich hole mir meinen Spieler, du holst dir deinen und dann sehen wir uns bei der nächsten Position. So, Freunde, ihr checkt das Prinzip, wie hier alles abläuft. Ganz easy peasy. Höh, ich hab hier auf einmal, wieso ist Blanc drin? Ich hatte doch vorher Ferdinand. Ah, also ich bin ganz ehrlich, irgendwas läuft hier safe. Hä? Das ist nicht so, wie wir es geplant hatten. Was machst du da? Erst mal das Rad am Zinken. Auf einmal neues Team. Ja, ja. So, gefixt, so soll das nämlich aussehen von Anfang an. Wir machen weiter. Lass mal beide die gleiche Position suchen und Eimer drehen. Ist das ein Ding, was so zustimmt? Macht das Sinn mit Eimer drehen? Ja, wenn dann beide in Bronze, bekommen wir beide in Bronze. Ja, aber lass doch wenigstens eine andere Position nehmen, oder? Ja, okay, dann nehme ich Inverteidiger und du Stürmer. Ah, okay. Okay, ich Inverteidiger, du Stürmer. So machen wir das. Ich würde sagen, ich dreh schon mal. Und dabei stelle ich hier ein. Was ist es geworden? Sag es mir. Ich sehe es nicht. 1 bis 5 steht da drauf. 1 bis 5? Also, like, go. Oh, Mann, das sind keine guten Spieler, aber die zweite Seite wäre noch schlimmer gewesen. Oh, Junge, hier wäre auf jeden Fall wild gewesen. Was nehme ich denn jetzt hier? Ich habe nur Müll. Kann ich Blanc Upgrade nehmen? Also die Moments Card von ihm reinstellen? Hier so, dann muss ich die nicht doppelt kaufen. Nein. Okay, dann entscheide ich mich, glaube ich. Also ich habe einen Torwart da. Du stellst bitte den 89er dahin. Kommt dann mit. Nein, ich kann jemanden mir aussuchen hier. Ja, ich muss safe mit dem gehen, weil der Rest einfach absoluter Müll ist. Ja, okay, ich suche mir kurz noch jemanden aus und dann machen wir weiter. Okay, let's go. Okay, let's go, Leute. Wir gehen rein und die nächste Runde steht an. Wir losen aus hier. Casino, Session ist am Start. Cannavaro habe ich mir geholt. Jetzt geht es für mich ins ZM. Let's. Boah, da haben wir fast die gleiche Position. Ey, ich brauche jetzt mal einen Knaller. Lass mich mal irgendwie frei aussuchen oder so. Komm. Okay, ich gebe dir mal. Ich gebe dir mal, was du bekommst. Du bekommst einen Torwart. Brr. Was bekomme ich? Eine Nummer. Du musst mir jetzt eine Nummer geben. Warte, dann mache ich hier mal Vollbild, damit du nicht schummeln kannst. Du darfst mir gleich nach dem Hardcore-Buy-für-Sky-Prinzip eine Nummer nennen. Let's go. Dann sag mal an, was willst du mir geben von 1 bis 10? Also erstmal will ich kurz anmerken, dass ich gerade einfach absolut keine Lust mehr habe. Und am Ende discanen wir, Junge. Am Ende, am Ende wird zusammengezählt. Ich nehme mal die 10, komm. Oh mein Gott. Hier war Ronaldinho, hier war Pep Guardiola, hier war Vieira. Am Ende kriege ich Rui Costa. 85, baby. Moin, Digga. Heißt, ich muss jetzt nochmal eine Icon dahin stellen, oder was? Ein Torwart, ja. Am Ende kriegst du... Noch eine Torwart-Icon. Gönn dir. Also hast du am Ende 3 wahrscheinlich. Wäre ja lustig, wenn ich am Ende gar keine Torwart-Icon mehr nehmen kann, wenn ich so viele bekomme. Bro, das ist so AIDS, man. Was machst du da mit mir? Aber das krasse ist halt bisher, also ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt ungefähr die Hälfte im Team als Torwart habe, kannst du am Ende auch gar nicht so viel abstoßen bisher. Also, ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ich dreh diesmal als erstes für mich, oder willst du, dass ich es andersrum mache? Oh, mir ist es wurscht, alles gut. Dreh das erst mal für mich. Jetzt krieg ich safe auch einen Torwart auf Karma, weil ich gelacht habe. Oh, ich darf es mir frei entscheiden, Bro. Oh, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Auf der Störberposition. Aber hier ist... Boah, Pelé am Start, den kann ich mir leider nicht leisten. Deswegen kann ich den nicht nehmen. Ich werde mich, denke ich, auf clean für den Bruder hier entscheiden, Leute. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Safe. Soll ich mal für dich nehmen? Wenn jetzt wieder Torwart kommt, fahre ich nach Hamburg und du kriegst so eine Bombe von mir. Wenn Torwart kommt, dreh ich nochmal für dich. Dreh mal richtig jetzt. Bronxe! Yo! Bronxe, Bro. Oh mein Gott, das Rad nimmt dich hops. Was ist los hier? Ey, ich bin raus. Was ist los hier? Oh mein Gott, Leute. Das ist hier nicht gezinkt, ne? Ich will kein, kein Land mehr, ey. Glücksrad endet im Rage. Titel gesaved. Danke dafür. Jawohl. So. Schick auf. Wie läuft's, Steph? Wie läuft's? Erzähl mal. Wie ist so dein Gefühl hierbei gerade? Sehr nice. Ich habe mir gerade halt einen Strong Link geholt. Damit, ganz egal, was gleich kommt. Ja. Es ist einfach nur geil. Ich bin... Ich bin voll Hype, Mann. Ich gehe jetzt auf meine Torwartposition und suche als erstes für mich. Das heißt, jetzt könnte gerne der Torwart kommen hier. Das wird ja nichts bedeuten. Ich bin ja eh auf der Torwartposition. Nein. Bronxe. Stürmer? Torwart, Bronxe. Ich dachte, ein Stürmer oder so jetzt. Hä, Bronxe, Torwart. Du kannst draufschießen, der Ball ist drin. Was steht denn da drauf? Bronxe. Ich muss einen Bronxe-Torwart holen. Nein, du musst eigentlich einen Stürmer holen. Nein, 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 nein. Komm, wir drehen mal für dich hier. Nicht so. Torwart. Warte mal. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade die Position noch nicht ausgewählt, aber da steht wieder Torwart drauf jetzt. Da steht wieder Torwart drauf. Willst du mich gerade verarschen? Ja, ich muss einen Bronx holen und du einen Torwart. Das ist doch gut. Ich war noch auf keiner Position. Das ist halt das Blöde jetzt. Ja, dann sollen wir nochmal für dich drehen. Dann geh jetzt auch in der Position, dann dreh ich nochmal für dich. Ja, macht mehr Sinn. Okay. Bist du auf deiner Position? Ja, let's go. Den schlechtesten. Den schlechtesten. Genau. Worst cut of the side. Das geht noch, weil ich bin gerade auf der Rechtsverteidigerposition, okay? Dann suche ich jetzt mal, mal schauen, was kommt. Ist es jetzt vom Rating her? Ah, nein, einfach. Du darfst ja mal... Ja, vom Rating her, würde ich sagen. Ja, dann ist das Zanetti hier. Das ist sogar gut, ne? Ich wollte gerade sagen, weil es hätte jetzt auch wesentlich schlimmer kommen können. So im Sturm oder so, wäre mies gewesen. Beide suchen jetzt die nächste Position, damit man hier nicht mehr rumzinken kann, wie du eben rumgezinkt hast. Ja, ja, ich zink wahrscheinlich rum. Du zinkst full rum. Okay, sag an. Für dich, für mich, damit ich hier nichts entscheiden kann. Ja, komm, mach für dich. Für mich. Den schlechtesten auf der Seite. Das heißt, vom Rating war das gewesen, ne? Ja. Den schlechtesten. Welche Funktion hast du denn? Linksverteidiger. Ah, Petit? Nein, es ist tatsächlich Petit. Ja, let's go. Oh, rechte Seite, ich komme mal mit Sirxe. Mit Sirxe, okay, das ist ja egal. Petit gegen Sirxe, das schafft er. Ich drehe für dich, Bro. Ja. Oh, Torwart. Warte, ey, wir drehen nochmal, das ist zu viel, oder? Schon wieder Torwart? Ich schwöre, schon wieder Torwart. Die wollen dir heute Torhüter gönnen, aber das können wir nicht machen. Das gibt ja gar keine Torhüter mehr gleich. Doch, es gibt noch einen Torwart. Ja, dann let's go, gönn dir. Hey, das ist ja echt nur ein Spaß. Gar keinen Bock mehr auf dem Platz. Ich schwöre, ich drehe ganz normal, Leute. Ich kann hier nichts beeinflussen. Ich drehe einfach und dann kommt das, was da kommt. Bro, guck mal, kurzes Update, Leute. ZDM Torwart. Rechter Torwart der IV. RZM Torwart, das heißt, ich muss im Tor, kann ich nur noch Van der Sar nehmen. Würde ich mal ganz kurz anmerken an der Stelle. Also, noch ein Torwart geht leider nicht. Ja, okay, Digga, dann gehen wir weiter direkt auf die nächste Position, wenn du ready bist. Zwei Positionen gibt es noch, Halbfinale. Komm, ich suche mal. Und jetzt kannst du für mich drehen. Jo, alles klar, das macht ja gar keinen Sinn. Du kriegst, boah, das ist zwischen zwei. Entweder gebe ich dir eine Nummer oder sechs bis zehn. Okay, dann machen wir es so, ich gebe dir eine Nummer zwischen sechs bis zehn, wenn es zwischen beiden hängt. Ja, komm, hau rein. Zwischen sechs und zehn. Die sieben hört sich gut an. Letztes Mal habe ich falsch gezählt. Ja, du hast Fuhl falsch gezählt, nicht nur einmal, Bro. Hab hier den Kommentar. Als ob, ich schwöre. Die sieben. Sechs, sieben. Ah, muss nicht sein. Teuer, Mann. Ich drehe für mich und ich suche für mich. Bronze, das gibt es nicht. Jawohl. Im ZOM. Im ZOM. Im ZOM. Let's go. Let's go. Oh, wir sind da. Glaubt mir, ich kann mit Torhütern spielen. Ich kann mit ihnen spielen. Oh, way. Das ist so viel. Gut, also, ähm, mein Team steht, sag ich dir mal kurz, du musst am besten jetzt bei dir nochmal drehen, weil ich hab mir jetzt Thunderstar einfach ins Tor gestellt, weil was anderes geht eh nicht. Ja, okay, top. Das heißt, ich drehe jetzt noch einmal für mich und danach sind wir hier durch. Ach, nee, warte mal. Es hätte ja auch was anderes kommen können. Es hätte ja auch... Bronze oder so kommen können, ne? Ja, du musst bei mir, stimmt. Du musst bei mir nochmal drehen. Okay, dann drehe ich jetzt erstmal für dich. Falls jetzt Icon kommt, dann hast du Thunderstar. Also, falls jetzt irgendwas kommt, dann... Den schlechtesten, ja. Bleib bei Thunderstar, oder? Ja, ich hab... Ja, geht halt nicht anders. Ich muss da auf jeden Fall Thunderstar nehmen. Okay, dann suchen wir noch ein einziges Mal bei mir, Leute. Komm schon, komm schon. Den Besten! Auf der Rechtsverteidigerposition. Und das ist hier dann in dem Falle vom Rating her der Beste oder was ist hier der Beste? Ja, ja. Dann ist das Zanetti. Lul. Wow. Okay, easy. Ey, beschwer dich jetzt nicht, Mann. Ich hab fünf Torhüter im Team. Ich hab zwei Bronze im Team. Wie viel hast du? Ein Bronze, aber ich hab insgesamt halt drei Torhüter auf einer Feldposition. Okay, okay, Leute. Wir sehen uns nochmal, wenn die Teams hier ready sind. Okay, Freunde. Ich hab jetzt ein Bild von meinem Team gemacht. Du, ein Bild von deinem Team. Drei, zwei, eins. Let's go. Ich bin gespannt, was du dir da zusammengestellt hast. Yo, Butraguinho vorne noch hin. Was? Wie viele Torhüter. Wie viele Torhüter. Geil, Leute. Geil. Ja, so würde ich sagen, geht's jetzt ins Spiel. Ihr kennt das Ganze am Ende folgen Discards. Kann teuer werden. Bin gespannt. Und let's go, das Häschen, Leute. Ich hoffe, deine Torhüter spielen besser, als du's denkst. Ja, safe mal. Guck mal, Sirksehme. Guck mal, hier, der hier, der hier will alles wegrasieren. Aber bei mir ist Abwehrige schon mal direkt da. Ja, das kenne ich aber schon von den anderen Episoden gegen dich. Guck. Ah, wen haben wir denn hier? Ach du Scheiß, ich weiß gar nicht, wie ich Spielaufbau machen soll. Ich dachte, du kommst mit Torhüter gut klar immer. Ja, guck mal, die Pässe nicht mal, der von Thiago kommt an. Endlich juckt aber auch nicht, dass das Schmeichel ist da gerade irgendwie, ne? Nee, mich juckt gerade gar nichts. Was juckt dich denn gerade, ne? Sag mal, Falcone. Aber ich würde gerade so gern debben, Alter. Ja, das ist ein guter Männer, Alter. Oh. Oh. Ah, komm. Ey, Bro. Let's go. Jetzt werden wir uns hier wieder zu einer Rage-Episode. Du hast auch das Momentum auf deiner Seite. Kacke, es kommt mir jetzt immer diese komischen... Nein. Oh mein Gott, ich kann im Stehen, Alter. Oh Gott, Mann. Du hast so ein Glück, ne? Geh heute Lotto spielen, Junge. Du wärst Milliardär. Nein, 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 was das denn? Oh, Tragolino beim Kopf, weil du der kleinste, Mann. Ich geh heute Lotto spielen. Spaß beiseite. Ah, Mann. Ja, komm. Mit bisschen Glück geht der. Der geht. Ja, der geht. Let's go, Mann. Oh, Mann. Pass. Was, Mann. Was geht da vorne ab? Oh, oh. 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 Oh, Carlos. Bitte, bitte, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte gehen wir hin, Mann. Was der Scheiß. Stefan, Ruhe. Pssst. Ja, hat der Angst, dass ich den schicke. Und jetzt ist Butra durch. Jetzt ist Butra durch. Und jetzt bin ich zurück, Junge. Was soll ich machen, Mann? Ich gebe alles. Jetzt bin ich zurück. unmöglich mit 200 Teufel. Junge, du spielst so stark, Mann. Das ist krass. Komm, Thiago, jetzt deine Aktion. Da wäre der Platz gewesen. Da ist der Platz. Bitte. Alessandro Del Piero. Thiago mit dem Zückerchen. GG. Oh, noch fünf Minuten. Bitte, 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 bitte. Mach die Mitte zu. Mach die Mitte zu. Er kann auch nichts mehr als gebeten gerade. Ja, was soll ich machen, Mann? Der Bronze, der Bronze, der Bronze. Nein, wie macht er den, Mann? Mein Bronze-Spieler hat ein Tor geschossen. Ich dachte, er schießt den daneben, real talk. Takeshi's Castle, Alter. Ich dachte, er schießt den daneben, Digga. Das war so knapp. Macht er aber gut. Fuck. Pfosten rein. Nicht sowas. Alter. Geh, 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 geh. Stark, Carlos. Danke. Ah, Stefan. Ja, du bist eine kleine... Ich hab so Druck, aber du wusstest nicht, wohin. Bruder, ich wusste, wohin, aber guck mal, wie der spielt, Alter. Warum dreht der sich nicht nochmal? Nice. Oh, oh. Schmeichel, Mann. Mann, schmeichel ich gar nicht, Mann. Zwei Meter per Spiel. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Witz, Mann. Die ganze Zeit, Spielaufbau, ist bei ihm so Katastrophe. Ich schwör's dir, Mann. Das ist so unglaublich. Es ist unmöglich, damit was zu reißen. Guck mal, ich hab dich mit Sirxe. Ich hab dich mit Sirxe. Ey, und dann sowas. Ach, komm, Alter. Boah, und der Bronze. Und der Bronze mit dem Doppelpack. Der Bronze. Das ist so lächerlich. Was macht denn das? Der steht da im Weg. Bitte jetzt einmal einen Pass. Alter, Mann, du verdammter Dreck. Meichel, ja. Oha, Cannavaro saved sich, Alter. Und da macht er den Fehlpass. GG, zwei Discards. Unglaublich, Mann. Es ging einfach nicht mehr. Ich schwör, es ging nicht mehr. GG, Respekt aber an dich. Ey, mein Torwart hat Kacke gebaut. Deine Torhüter haben komplett Kacke gebaut. Ich würd sagen, wir gehen rüber zum Discarden. Zwei Picks, da kann was passieren. Aber du hast echt nur Roberto Carlos, was überteuer ist, sag ich mal so. Ja, okay, komm, du kannst. Echt, so schnell bist du ready. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich nicht viel umgestellt. Ich muss mir dein Team jetzt gerade nochmal kurz angucken. Stefan, zwei Picks. Also ich gehe mal davon aus, dass du umgestellt hast. Aber ich gehe mal davon aus, dass du nicht die Eier hast, was ins Tor zu stellen. Oder? Also ich nehme einfach mal, ich habe ja eh zwei Picks. Ich nehme einfach mal deinen linken Innenverteidiger. Und ich nehme deinen linken Stürmer. Ey, du triffst einfach beide Icons, mit denen ich reingegangen bin. Beide Untrade, Cannavaro. Kostet, glaube ich, auch ist 350, Del Piero 220 oder so. Die sind beide Untrade, deswegen stoße ich die jetzt ab, okay? Ja, okay. Weil im Endeffekt mehr oder weniger was Verzeuchern gemacht. Die kannst du ja eh nicht wiederbekommen. Also wenn man die nächstes Mal Untrade bei dir sieht, dann weiß man, so ein Ding ist das. Genau. Genau, 100.000 Likes, nee, 18.000 Likes wolltest du sehen. Jetzt auf Realtalk, 18.000 Likes wäre nice. Wenn ihr das Format weiterhin sehen wollt, lasst einen Like da. Ganz wichtig, erster Link in der Beschreibung. Das Video von Steff und du hast den Schlusspunkt. Ja, ich muss sagen, war auf jeden Fall eine geile Sache. Eine coole Abwechslung, hat Bock gemacht. Also ich hatte vielleicht den einen oder anderen Torwart zu viel drin. Aber es ist geil, es ist mal was anderes. Also Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Ciao.